hallo werte kollegen und zuschauer da draußen ich begrüße euch im heim zu guild wars mit kartko und ian und heim blöd der ist auch dabei tatsächlich da hoch gehüpft unglaublich dass er das noch gepackt hat ich konnte es leider nicht live mitverfolgen ich kann ja mal gucken ob ich dich darum besuchen kann auch nicht dann ging das nicht und was haben wir da transmutationsladung transmutationsladung oh und level up level up auch noch ich muss jetzt auch mal langsam irgendwas kaufen hier dass ich mal wieder meine ganzen waffen zerlegen kann weil sonst wird das auch nichts mehr was nein nicht beitreten ich muss selber hoch ich will da das holen was willst du holen anorama also wieso willst du dann in die instanz muss doch da hoch oder dachte ich nee dazu brauchst du nicht in die instanz rein das geht auch ohne so was kann ich den bei der rüstung schmieden verkaufen das mächtige amulett könnte ich verkaufen ich sprühe so auf jeden fall die restreihe für stufen 20 ist durch jeden bekommst euch da hoch und wir wollen dass irgendwelche pilze links rum da uhr auf und irgendwo pilze ich guck gleich sonst normal ich brauch nur gerade einen laden wo kann man hier ach da hinten kann man kaufen und verkaufen nur Oh ist nicht auch oben perfekt ne zack ging ja fix ja ich habe einen rechener Tadah. Tadah. Ist aber in Rukizuki hochgehüpft. So, jetzt nächstes. Ah, ich brauche nur einen Händler vorher. Auf jeden Fall. Ja, genau, deswegen Händler muss ich auch direkt vorbei. Ja, hier stinkt auch einer. Ah, da guck mal. Soll ich mir ein Meisterwiederverwertungskit? 25% auf selten, 80% auf gegen... 20... Okay. Hm. Die sind aber schon ein bisschen teurer hier, die Dinge. Andererseits... Man gönnt sie ja sonst nix, ne? Kaufen wir uns mal. So, was kann ich damit alles zerlegen? Hier den geschmeidigen Holzbogen. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding und das Ding. So, alles zerlegt. Findet wohl nicht mal euren Mund, wenn ihr Hunger habt. Ah, ah, ah. Findet nicht mal euren Mund, wenn ihr Hunger habt. Was ist das denn für ein Vogel? So, Holzlangbogen. Ich glaube, den kann ich nur zerstören. Den kann ich, damit kann ich sonst nicht viel machen, ne? War so. Oh doch, den kann ich verkaufen. Ach, das ist ja toll. Sehr gut. Aber diese Dampfschleuder kann ich, damit kann ich nix machen. Oh. 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 Ich finde das. Sehr gut. Oh. Ähm. Was ist das denn? Essenz des Glücks in... Gelb sogar. Wow. Wo sieht man denn so was wie Glück? Wie viel man davon gerade hat? Wo sieht man das denn? Ah, da. Heilkraft, Zustandsdauer, Segen, Dauer, magisches Gespür. Konzentration, Fachkenntnis, Zustandschaden. Ich bin hier wieder... Ach, du kann ich gar nicht zerlegen. Keine. Kann man wieder alles nicht zerlegen hier. Das gibt's ja nicht. Kritische Trefferchance. Okay. Ja. Niklas, du musst uns sagen, wo wir gehen müssen. Warte mit. Ich weiß das nicht. Wo müssen wir hinlapportieren? Äh, du weißt es nicht. Ich muss kurz nachschauen. Warte mal. Warte mal. Wir müssen zum Spielchen, Spielchen an der Wand. Wer ist das... Wer ist das... Schönste im ganzen Land? Kannst du das nochmal machen? Ja. Da haben die Zuschauer jetzt heute alle... Also alles doppelt und dreifach gesehen. Nur doppelt. Wo müssen wir denn da hinfüllen? Äh, ich weiß gar nicht mehr. Oh. Wir müssen... Doch, das müssen wir hier... Ähm, zur Dingsbums Wildnis müssen wir. Was? Riesbahnwild. Zinderhang. Zinderhang. Müssten wir hin. Wachsame Quelle. Wachsame Quelle. Wachsame Quelle. Ja, genau. So, da kannst du das Ganze aber ja überspringen. Dann, also vom Video... Das Video kannst du dann ja überspringen eigentlich theoretisch. Ähm, meine Quest geht natürlich wieder woanders weiter. Vollkommen wurscht. So sieht's denn hier aus. Vollkommen wurscht. Echt. Genau. So, ich bin's da. Vor dem... Strahl. Vor dem grünen Strahl da. Vorzeihens. 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 Wohin? 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 Hier ist irgendwo... Irgendwo hier ist Gemüse. Wo ist hier das Gestrüpp? Wo sehe ich hier Gestrüpp? Wo kam der denn hier? Der kam von oben runter. Ach, hier Zwiebeln. Zwiebeln. Kann ich die mit... Kupfer... Ja, kann ich mit Kupfer sicher ernten. Ja, wo ist er? Sehr gut. Schau auf die Karte. Ah, da hinten, ja. Bin ich. Schau auf die Steine jenseits der Gebeine. Höhö, hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss, wehrt dich nicht. Mio. Ähm. So, ich bin da. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit will. Hier nochmal diese ganze... wilde Jagd. Die wilde Jagd. so bitte beitreten oder ja sagen oder nein ja ja nein ich habe ja gedrückt und geht immer noch runter ich habe jetzt noch mal kurz la 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 ja es hat ja ja jetzt geht es dein lieblings hier steht dieses nicht eure aktive geschichte eure fortschritte in dieser instanz werden nicht gespeichert wie gemein aber das ist ja egal muss ja auch nicht ich habe eine andere aktive geschichte hier bei mir heißt es quelle der angelegenheit du bist jetzt auch gar nicht in der quest drin ja dann helfe ich kurz dem kartgo der hier wild rum ballert hält die schüsse gegen sie sind viel schnell wie davor ich hatte von antropo ist so weit gelaufen schon wieder egal wieder erst diese solle statue hier noch angucken ja reden wir ja ja ich hatte doch von anderen bogen und mit dem habe ich jetzt andere fähigkeiten zeige ich jetzt mal gift salvo und so um schnell schluss ah dann hast du andere sachen ok ihr könnt ja auch mal überlegen ob ich einfach meinen bogen meinen coolen anlege aber ich mag meine axt viel lieber so monster plätten wir müssen monster jagen das ist ja eine interessante geschichte also eigentlich müsste ich gucken ob wir das jetzt echt alles immer so noch mal nachstellen vor allem diese andere quest hat ja auch eine ganze weile gedauert mit dem rumkloppen ob wir das denn alles so machen der spiegel der spiegel wieder ich verlasse den instanz bereich ach cool was ist das denn jetzt hier ok abgemacht ja ja ok ok die ganzen golem teile gleich wieder absacken hat er schon der drei teile tragendes crit der ist auch gleich wieder super wow was ist das denn hier für den hier kommt gleich wieder das crit an dir vorbei kannst du schon direkt hier achso du musst erst warten bis die tussi da ist ne muss erst ein teil da abliefern ja ja wird ja hähnchen in der fälle verrückt was ist denn hier für ein blöder weg wieso ist ja noch irgendwas was ich brauche hier oben irgendwo erwischt okay jetzt ja jetzt kommen wieder die monsterin ja was hat man letztes mal ich weiß es gar nicht auch macht aber ja ach so jetzt aber was anderes nehmen könnte etwas lustiges gewesen so ihr habt schon alle getötet bevor überhaupt die golem sie ankommen die prügeln ja doch ganz gut noch rein die prügeln ganz gut noch rein ja die prügeln ja ganz gut noch rein jo boing herr lüdi das war Wetter ran ja es kommt die Wetter ran es kommen die Viecher hier zeugen 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 ja die prügeln also ein bisschen nieder die werden noch auch schön zerstört boah welch mit denen joing ja adios oh deine Güte ich bin auch noch level up ja hey auch noch ach cool und ich habe vergessen meine ganzen mein Brot wieder anzuschmeißen deine Brotmaschine meine Brotmaschine genau ich habe ja noch etwa 60 61 Brotlaiber habe ich noch die ich dann eigentlich mal wieder irgendwann zu ein paar Rezepten weiter verfeinern könnte das ist echt schön also das mit dem kochen macht echt spaß das macht echt immer Laune wo wir die Sachen hier zubereiten ich habe jetzt schon 6500 Kama da kann man ja echt gut was mit kaufen und eine Lorbeere wow ja ach so was kann ich beim Handelsposten noch verkaufen wir müssen jetzt leben ach komm mal hier schon wieder die ganzen anderen Events da oh jetzt wird sich schon wieder eingesaugt zwei miteinander ist das seltsam tja schon wieder ach du kannst ja mal den anderen Weg nehmen ne was haben wir vorher genommen vorher haben wir halt Lara genommen du kannst jetzt mal einen Weg mit Trehan nehmen da da kann man auch hochlaufen sagst du äh äh jay kriegst du auch irgendwelche Belohnungen jetzt? ne ne äh ja äh ne Hose ne Hose ahhh warum läufst du ahhh so gucken wir mal der Iren der riecht sich schon wieder über irgendetwas auf wo wo ist das das freundlich hat er auch hier ähhh wo ist die schwer begegnet ähhh wo ist die denn ganz hingelaufen? ahhh ich seh ihn ja irgendwo ach irgendwo da oben ach da bis ah ok in skritzburg ok skritzburg den heldenpunkt den angelt also ich stimmte dattest du ja noch nicht der ist das juhu so dann angele ich mir mal ein bisschen silbererz achso nie im Moment steilspacke die muss ich ja dafür nicht verbraten eigentlich ok also ja bin es durch mit der ersten ja wir können weiter machen aber jetzt durch oder haben wir äh ich schau gerade wir müssen äh ich muss irgendwie ins andere gebieter wo es dann weiter geht wenn ich ganz erfragt äh ja ach ein wegpunkt an den du hast wo wir gehen ach ich muss zum heim ach du musst jetzt auch zum heim ach ja genau zum trehan äh trehan oder wieder äh trehan die dings der wumster zu uns am heim heim irgendwas so ich kaufe mir mal ein bisschen eisenspitzsacken hier dann können wir damit was abhacken also laufen wir wieder zum heim wer am besten so gesehen oder wollen wir mit ach nee das ist ja egal wir müssen jetzt nicht meine quest grad weitermachen die ist da ganz relaxed in der anderen richtung wohin denn jetzt heim oder deine heim ja nee heim heim klingt gut weil äh dann kann ich da noch ein bisschen shoppen oder so oder dann geht ihr zu ach nee zum heim wollen wir auch alter will ich ja da mit das geht ja nicht also ich verkaufe noch bisschen was äh verkaufen schrott ja immer schrott verkaufen ganz wichtig schrott es gibt kein schrott doch ne alles alles ist brauchbar weg und nicht mal wer zum heim herr heim der heim wenn schon dann der heim der heim der heim wir haben hier auch gott hier sind auch schon wieder so komische zwiebeln die brauche ich auch und zack oh eine löwenzahnblüte das ist ja toll ja instanz betreten mache ich mal oder ja was ne wie instanz betreten ich bin doch noch gar nicht da ach da oben direkt ok hui ich dachte du warst noch am verkaufen ging ja wieder fix du bist ja wieder schneller als der schall ach ja schon so bisschen uuuu baby uuuu baby baby quiere ihr nur helden punkte du machst bei dir dann deine nö 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 genommen nicht die hier mit der lager sondern mit der tritt dem tree hahn da gucken wir da können wir mal sehen wie es gewesen wäre wenn du dich anders entschieden hättest ich komme ja bei mir lädt auch noch dann ist ja gut ich weiß nicht warum immer so lange lädt wenn ich ein muss jetzt bin ich zumindest schon mal 193 ist das pvp ist ja direkt im prinzip direkt am fahrstuhl sag ich mal gott der gefechtsbeherrschung natürlich dafür brauche ich hart of thorns war okay das muss man dann kaufen müssen wir müssen wir aber nicht ja müssen wir nicht aber kann man natürlich mal machen auch ein abgeschossen ich weiß ja und hier musst du musst jetzt zu der umverlustkammer da fliegen wir auch wieder mit so was tollem hin hier ach das ist sehr schön das ist doch schön da kommt doch endlich nach zwei jahren zwei jahre ist ja und der finster ist schrecklich ich habe den spiegel untersucht doch ich verstehe die magische ich habe den spiegel untersucht doch ich verstehe die magische Ja, blasse Baum. Ja, klar. Fass Mut, mein Kind. Die Magie des Spiegels ist mir nicht unbekannt. Ja, die Lauchstamm-Muddy. Auch wenn sie sehr weit weg ist. Gebt die Hoffnung nicht auf, Carys. Wir müssen tapfer sein für Tegren. Wohlgesprochen. Die Hoffnung ist mächtiger als jede Waffe. Sie ist ein Licht und Dunkel. Ein Stern, der nach Hause führt. Um Tegren zu retten, müsst ihr durch den Spiegel nach Orr reisen und sie dort finden. Oh, das wäre ja cool. Das klingt ja cool. Der Schleim, der Trief. Nicht zaudern, okay. Ja, geil. Ja, so viel Böse, Mama. Uuuuh. Der Spiegelzauber ist nicht der Spiegelzauber. Ich gehe mit euch. Ich bleibe und verteidige diese Seite des Portals. Sagen auferstandene versuchen, den Heid zu betreten. Ich bleibe auf meine Klinge. Ach, unsere Quizreihe. Unsere Quizreihe? Ja. Oh, das sieht ja echt düster aus hier. Oh Gott, oh Gott. Ist das eine Schattenwelt? Äh, keine. Ja. Wann. Euer Ton passt gerade so ein bisschen zu dieser Welt. Sehr verzerrt. Vision der Finsternis, okay. Okay, äh. Äh, wir sind echt alle grau. Ach, cool. Sind wir hier echt in der komplett eigenen Karte. Das ist ja geil. Das finde ich ja cool. Das ist nicht nur ein riesiger untoter Seeigel. Was sind diese Dinge? Wie? Dieser Ort ist furchtbar. Oh. Ah, die toten Hände. Hier sind schon wieder tote Hände. Wie kann ich daran erinnern? Nee. Wo waren tote Hände? Wo waren tote Hände? Wo waren tote Hände? Wo waren die echt gerade? Das ist gefährlich hier. Ich glaube, da schmeißen wir erstmal ein Brot rein. Ja, die können ja echt hier. Wir sind so gut. So gut. So, was haben wir hier noch? Auch noch mehr von den Figern hier. Ich bin mächtig. Der ist ja mächtig. So, dann rufen wir erstmal hier unsere Spinne. Oh, von wem ist denn da der schon wieder hier unterwegs? Oh, schon wieder irgendwie schneller. Boah, was ist denn hier alles los? Wir sind das hier. So viele. Was? Wieso tot? Wieso kämpfen wir uns überleben? Aufgerappelt. Gott, ey. Was ist da plötzlich passiert? Ich bin ja... Gott, wieso habe ich so viel Damage gekriegt? Ich gehe erstmal auf Fernkampf. Jo, jo. Machen wir erstmal ein bisschen Fernkampf hier, bis es uns wieder besser geht. So, und jetzt können wir wieder auf Nahkampf umsatteln. Nicht hauen! Nicht hauen! Boing! Alle ungenietet. Okay, findet Acquem. Acquem, okay. So, bestimmt irgendwo hier unten in dem alten... Hier, hier ist was! Hier ist sie! Oh, Rot. Tequen! Oh Gott, oh Gott! Begrüßen. Ich bin noch mal kurz zerstört. Haha. Tagwin! Ich dachte schon, wir würden euch nie finden. Und das seid ihr euch auffressen würde. Ja? Carys, ihr seid mir gefolgt. Erneut. Habt ihr den Spiegel auch berührt? Was habt ihr euch dabei gedacht? In Kaledonwald wart ihr sicher. Das wusste ich wenigstens. Jetzt sitzen wir alle hier fest. Wir sitzen nicht fest. Traherne und der blasse Baum halten das Tatal des Spiegels offen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir uns beeilen, kommen wir aus Orr weg. Zurück in den Hain. Juhu! Das ist kein Witz. Wir kommen nach Hause. Der Mutter sei Dank. Ich hab ne Wett- und Talreise. Bleib dicht bei mir. Orr ist kein Ort der fehlverzeiht. Schnell, Junker. Führt uns weg. Yay, führt uns weg. Juhu! Oh, das sind ja so Leute. Nein, gut. Nö, da müssen wir ja nicht sagen. Jo, weiß nicht. Ne, der Ian ist noch ein bisschen zurück. Egal. Aber der kommt ja gleich näher. Ja, boing. Einmal alles hier niederprügeln. Ich komm auch. Oh. Okay, weiter geht's, oder? Ja, weiter geht's. Jo. Ich mach mal hier die Vorhut. Da sind die nächsten Spinnen. Boom. Immer schön drauf prügeln. Sehr schön. Ey, die haben noch irgendwas geschmissen hier. Okay, 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 okay. Oh, hier kann man oben hoch. Was ist das denn? Hier kann man oben hoch? Das ist ja toll. Was denn hier toll ist? Ich geh mal hier oben lang. Vielleicht findet man hier noch was cooles. Das ist ja geil. Komm, hier den ganzen langen. Wow. Oh, nein, nein, nein. Was, nein, nein, nein? Die fehlen Spinnen. Ach da. Oh. Ich bin oben rumgegangen, da ging's irgendwie schneller. Oh ja, hier. Und komm, krawumms. Mein lieber Gesangsverein hier. Mein lieber Gesangsverein. Okay, ich glaube, haben wir bald alle. Boing. Einmal alle so geschnetzelt hier. Okay. Ja, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Na, what? Ja, ich guck mal. Meine Kinder, ihr seid fast daheim. Ach, die Mudi. Die Mudi hat gesprochen. Meine Mudi ist nicht mehr. Meine Mudi ist nicht mehr. Juh, wir sind wieder da. Die feiert ein paar Meter tiefer. Oh, das war doch hier rein. Oh, weia. Ja, das war doch. Dann sind wir wieder sicher. Danke, Mutter. Ich kann im Namen aller sagen, dass wir froh sind, wieder zu Hause zu sein. Das war ein übler Ort. Kalt und hoffnungslos. Wie ermordete Seelen. Ich spüre seine Eisigkeit im Geiste. Komm, Puli. Ganz ruhig, meine Tochter. Die Blauchstange. Gänzt jetzt sicher. Und die Wärme des Heinz wird euch bald aufbauen. Die Blauchstange. Du bist eine Weile beim blassen Baum, kleine Schwester. Euer Geist... Ah, heute liegt meine... Glaubt mehr. Ich weiß es. Hä? Die Verderbnis des Drachen lässt das Herz krank werden. Aber danach ich bekomme, deswegen. Wenn ihr Zeiter nicht aufhalten, wird die ganze Welt dahinwelken und sterben. Ich verstehe jetzt, was ihr meint, Mutter. Wir dürfen die Drachen nicht gewehren lassen, selbst wenn es uns das Leben kostet. Mein Kind, ich bin stolz auf euren Mut und eure Hingabe. Und obgleich ihr Schrecken erblickt habt, versteht ihr jetzt unsere größte Waffe gegen sie. Die Hoffnung. Ja. Danke, Mutter. Ich werde doch mal aufbrenken. Wenn ich mich wieder braucht, werde ich bereit sein. Was erzählen die mal von Drachen? Ich meine, wir sind doch noch keinem Drachen hier begegnet. Da hast du keinen Drachen gesehen. Naja, außer im Tutorial der. Aber die erzählen die mal, ja, die macht der Drachen, wo wir wissen, dass da ein Drache dran steht. Der Tutorial-Drache ist ja klein. Ja, deswegen, aber sonst haben wir noch keinen Sinn, wir sind doch noch keinem begegnet hier. Es gibt 10 oder 12 Event-Drachen. Ja, aber die haben wir noch nicht gesehen und die reden hier in diesen Zwischensequenzen von irgendwelchen Drachen. Das sind die härtesten Viecher schlechthin, dann hast du aber auch dann wirklich, also wirklich, das ist immer so bei diesen Drachen halt. Dann hast du auch 150 Leute davor stehen und dann hast du immer noch keine Schock. Geh mal dann drauf. Nicht kaschieren, Alex. Das sind immer so 150 Leute am Schnappen. Soll ich mal hier runterspringen und gucken, ob ich es überlebe? Äh, ja, kannst du machen, wenn du willst. Ja, nein, oh nein, ich dachte, ich komme ins Wasser. Oh ja, ich bin tot. Und hier noch ein Krat, meine Freunde. Ja. Und wie es weitergeht, werden wir sehen in dem nächsten Chapter. Da werden wir sehen, ob ich wieder lebe. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020